Nämlich hat mir ein kleines Schweinchen zugezwitschert, dass ich bei 200 Likes eine Roomtour raushauen werde. Und mit dabei ist hier der Philipp. Hallöchen. Halt die Fresse. Nein Leute, es ist was Schlimmes passiert. Meine Mutter hat gestern leider nicht gekocht. An was kann das nur liegen? Weil du es nicht verdient hast, Antonio. Wir gucken uns jetzt gleich ein paar alte Videos von mir an, weil ich im PvP sowieso nichts erweiche. Geil, das ist so geil. Liebe dich, jetzt werde ich mich entfesseln. Ah! Anna-Marie. Ah, putz das bei... Nein! Lass es doch sein! Der Grieven. So bescheuert. Ach, Amit. Und so weiter. Mein alter Freund, Achmed, hatte wirklich leichte Aggressionsprobleme. Und ihr wisst, Leute, ich bin ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Natürlich. Anna, wen willst du hier ficken? Mich? Nein. Was haben die für scheiß Probleme, Mann? Er hat mich mit seiner Hand getötet und ich hatte einen Eigenschwerb. Alarm, es kommt ein Notruf. Doch da das Video nun endlich zu Ende ist, darf ich Ihnen ein medium gebranntes Roomsteak mit einem erfrischenden Salat von unserer polnischen Köchin anbieten. Dazu geben wir Ihnen noch einen Rotwein aus dem Jahre 2009. Und nur heute gibt es das ganze Menü für genau drei Likes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.